Also gut, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache so eine Mission. Ich würde sagen, wir fangen an. Den nehme ich dann natürlich, ihn hier. Obwohl, die sind alle nach Stufe 1, ey. Und wenn man bedenkt, wie viele Kämpfe ich hier schon gemacht habe mittlerweile, dann wundert mich das. Oder man kriegt natürlich, kann natürlich auch sein, dass man da mehr bekommt. Ah, hier läuft das endlich ab. Puh. Okay, ich brauche mal auf. Den nehme ich raus, da fange ich zwei Granaten mit. Erste Runde? Oh, was ist das denn? Okay, ja, pfuh. Wo ist der Nini hier? Ich denke, man muss hier irgendwie rein. Okay, ich gebe mir erstmal hier hin. Auch habe ich kein Gegner gesehen. Das hat jetzt wirklich schon mal ein bisschen was für Fallout. Ich muss das irgendwie clean hier. Ich glaube, ich muss zu diesem Terminal. Hier könnte ich mich verstecken. Okay, das sind die ersten Gegner. Das ging noch daneben. Noch. Noch ging es daneben. Das ging auch daneben. Aber ich wurde getroffen. Den würde ich natürlich besser treffen, ne. Aber ich muss zusehen, dass ich hier so gut komme. Ich habe Banditen gekillt, alles klar. Der hat daneben gesammelt. Und noch ein paar Dicken gekillt. Gut, das war jetzt nicht so schwierig. Schau, dass man hier nicht geben kann, ne. Ich gebe mich einfach mal dieses Terminal hier. Ich glaube, hier muss ich erstmal nichts machen. Also, hinter die Treppe da. Im Prinzip denke ich mal, man muss das hier irgendwie alles clearen. Zusehen, dass man das schafft. Und ich kann hier nicht hoch. Okay. Gibt es hier eine Karte? Schau mal. Auf M gibt es keine Karte. Ich bin schon wieder dran. Hier könnte man auch noch hin, aber da kommt man nicht weiter. Und ich bin zu sehen, dass ich hier hinkomme. Ich werde es denn erstmal ein bisschen laufen. Ich bleib hier bei dem Bagger. Oh ja. Oh ja. Gut, ich habe meine Granate und die werde ich auch einsetzen. So, wird es schon Zeit für ein Midi-Pack. Ich denke mal, es geht noch ganz gut hier eigentlich. Ich werde meine ganzen Krempel hier einfach ablaufen. Das ist ja wirklich scheißgroß. Sehe ich gerade so im Vergleich zu dem Rest da. So, ich denke mal hier beim Panzerwrack wird nichts sein. Das sieht zumindest nicht so aus. Ich darf es auch nicht weiter gehen. Also, irgendwie hier verstecken. Hier ist schon der erste. Also, hier rüber. Die feinste Müllablaufstationen. Ähm. Lieber stecken, genau. Hier stecken. Der Shit ging daneben. Ey, wie ist das denn? Ich habe das Schirm und Feuer. Und jetzt weg. Midi-Pack oder nicht? Ich weiß nicht. Ich hebe es mir erstmal noch auf. Ich kriege ja nicht die Artikel schauen von den Bügel nicht. Wo ist er? Da ist einer. Okay, jetzt habe ich doch noch was bekommen. Der ging immer noch daneben. Aber er trifft immer, oder was? Sack, der ist weg. Wie sieht es aus? Ich sag mal, würde ich noch einen Treffer abbekommen, dann würde ich mir die Pack putzen. Dann würden wir jetzt erstmal ein bisschen aufsparen hier. Also, da geht es nicht weiter. Okay. Der Gegner ist dran. Ich denke mal, ich muss hier irgendwo hoch. Ich denke mal, ich muss hier hochlatschen, und das irgendwie alles... Oh, voll, bohern. Oh, fuck you! Wie viele Gegner sind da? Echtens? So, ich muss hier auf die andere Seite. Ja. Ich bin schon hier hinter, irgendwie. Hier ist der erste. Mock, du schießend, Digga. Gut, ich habe einen rausgenommen. Ich denke, ich brauche jetzt das Medipack, oder? Wo könnten die sich aufhalten? Da sind doch... Ah, ja. Scheiße. So, wir haben noch vier. Vier haben wir noch zu dir, sozusagen. Ich komme hier rüber. Ja, diese Reifen hier. Ach, du heilige... ...Mutter Gottes. Wie viel Leben hat dieses Ding ist, Samuel? Nidhook. Scheiße, ich glaube, das wird nix. Gut, dann ist es ja doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Wie Targetus Block ist ja direkt vor mir. Fuck. Ich glaube, jetzt verrück' ich. Wird schwerer noch aus. Sagen wir es mal so. So, zwei haben wir noch. Schade, dass ich kein Leben mehr auffrischen kann. Das ist noch gut gelöst, jetzt. Ich weiß nicht, wohin soll. Beziehungsweise, wie viel es hier überhaupt noch gibt. Wie kommen sie dann hier? Kommen wir sie auch auf der Stadion anbieten. Wo sind die, ey? Wo sind sie? Alles klar. Wo platziere ich mich denn da am besten? Ich müsste hier irgendwie... Hier so hin. Clever! Das war ja mal richtig intelligent. Okay, er hat verkackt. Wo muss das sitzen hier? Hat's natürlich nicht. Echt jetzt? Muss ich den ganzen Fack hier von vorne machen? So, hier ging's nicht weiter, oder was? Ich glaube, das ist aber nicht fertig. Das dauert ja noch 10 Jahre. Ich lass ihn mal jetzt einfach laufen. Wo war denn das? Ich bin jetzt auch nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. wo er zieht. Ich weiß nicht, ob er verdammte Karten geht. So, wo war denn dieser Bandit, er muss sich hier holen. Direkt hier! Scheiße. Gut, der ist weg. Dass hier nicht weiter geht, muss hier unten noch einer sein. So, anderer Typ, komm mal her, hier. Diese scheiß Munition funktioniert nicht. Da unten funktioniert dieser Dreck nicht. Noch ist hier niemand, ich versuche also schnell hierüber zu kommen. Kann gut sein, dass ich auf diesem Wege natürlich auch... Letzten Endes ist alles in Kreise hier. Allein hintereinander, ui, Jesus. Hier benutzt man diese scheiß Munition da. Ha. So. Diese Munition ist an. Aber er benutzt sie ja nicht. Jetzt habe ich sie benutzt. Alles klar. Gut zu wissen. Ich wusste das vorher nicht. Ich wusste nicht, dass ich sie so einsetze. Aber okay. 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 Man lernt halt noch dazu. Ich ja auch hier. Ich bin irgendwie hinter die Müllkutsche hier. Auf weg. Ist das clear hier? Kitzeln hier noch weiter, wie so eine Echse. Irgendwie hinter die Reifen gehen. Okay. Also die Echse ist keine Bedrohung. Direkt vor mir. Oh, ich schieb dir. Ich glaube wieder 3. Was von denen hier? Äh, Rodney würde ich sagen. Gut, dass ich eine Rüste gehabt, ey. Jetzt mal im Ernst. Sack und schreit zum Kopf und der ist auch weg. Äh. We can complete the mission at any time by leaving the battlefield. Okay. I will leave. Ich hab's fertig. Trugge. Also das waren übrigens die letzten Gegner. Offensichtlich. Aber wie komme ich hier raus mit meiner Trugge? Accept battle. 289 CXP. Mhm. Ja bitte. Also so sieht das aus. Aha. Interessant. Das ist also eine Mission. Okay ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit allein kämpft hier. Ähm. Und jetzt geht das hier nicht zu. Ist egal. So läuft die Mission wohl ab. Äh. Ich weiß nicht wieviel es davon gibt. Ob es nur diese eine gibt oder noch andere. Oder ob sich das dann ganz anders auswirkt. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasse ein Abo. Würde mich freuen. Ähm. Viel Spaß und bleib zocken. Und ja. Dann genießt die Sonne. Wenn sie jetzt muss ich langsam rausklappen. Also bis dann Leute. Ciao. Ciao.